Kleines Fazit von dem Passrundlauf. An vier Ecken darf man zwischen zwei und drei Spieler stellen. Das heißt, bei ungeraden Zahlen ist es auch kein Problem. Hier ging es darum, Schritt 1, Kennenlernen der Übung. Ein gezieltes oder ein genaues Passspiel mit einem Doppelpass an einem stehenden Hindernis mit einem Ball. Kennenlernen der Übung hat funktioniert. Dann habe ich das ein wenig korrigiert, die Vorbewegung mit eingebunden. Dann haben wir darauf geachtet, dass der Ball in den Lauf gespielt wird, nicht in den Rücken des Spielers. Dass der Doppelpass ein gutes Timing findet. Auch das hat funktioniert. Ich habe das erhöht mit einem zweiten Ball. Dort musste man die Aufmerksamkeit ein wenig mehr erhöhen. Ich habe aber das Tempo noch nicht verschärft. Am Ende noch mal einen dritten Ball dazu genommen. Ich habe einige Fehler mit den Kindern besprochen. Einigen war der Raum zu eng. Wir haben eine passive Zone entwickelt. Kinder, die nicht in Aktion sind, gehen wirklich bewusst zwei, drei Meter zurück in eine passive Zone. Wenn sie dran sind, müssen sie sehr aufmerksam in den aktiven Bereich hineingehen. Dann waren die Kinder mit zufrieden. Hat dann auch funktioniert. Aber was nicht funktioniert hat, ist, dass man dann das Tempo noch mal erhöht hat. Denn es war schon sehr komplex mit Vorbewegung, mit der Genauigkeit. Darauf achten, dass man mit drei Bällen auch diesen Passrundlauf rund bekommt. Aber das benötigt dann ein wenig Zeit. Und die geben wir den Kindern. Das ist das ein wenig Zeit. Vielen Dank.